Hallo Freunde, hier ist der Lami-Boot. Lami ist gerade in der Döner-Bootie und deswegen kann er kein Intro machen. Naja, dafür bin ich da. Heute gibt es ein Among Us-Video mit ganz vielen YouTubern. Schaut es unbedingt bis zum Ende oder euer nächster Döner wird nicht schmecken, heh heh. Okay, Freunde, diesmal spielen wir mal Amorus, aber auf einer anderen Map. Äh, wie heißt die überhaupt? Polus oder so? Keine Ahnung, Polus, Sus? Ich weiß nicht, ich kenn mich hier auf jeden Fall auch nicht so aus. Ähm, und ihr beide? Sagt mal, wie esst ihr euren Döner? Mit alles oder ohne Tomaten? Mit alles. Ah, mit alles? Sehr gut! Leute, wir wissen ja, letztes Mal hatte ich auch noch den Imposter-Fluch. Also ich wurde kein einziges Mal Imposter und ich hoffe mal, dass es heute anders ist. Deswegen, Freunde, wir werden trotzdem als Crewmate auch unser Bestes geben natürlich. Aber wer jetzt von den ganzen anderen YouTuber der Imposter ist, das weiß ich nicht. Es könnte Vitamine sein, Abok, Mario, Aare, Emily oder Danja, keine Ahnung. Es kann auf jeden Fall nicht Lamy sein. Hallo? Äh, Emily, bist du Imposter, sei mal ehrlich? Nein, ich glaube, es ist Vitamine. Du glaubst, es ist Vitamine? Ja, Vitamine war eben im Suss. Was sagst du? Was sagst du? Wer ist der Imposter? Keine Ahnung, also Mario ist safe auf jeden Fall, weil der hat einen Task beschrieben. Ja, okay. Ja, okay, dann gehe ich halt. Aber Freunde, ich glaube, wir haben jetzt jeden gesehen, außer Vitamine den kleinen Pups. Oh Gott, wo ist denn diese kleine stinkende Karotte überhaupt? Oha, was ist das hier? Security? Oha, hier gibt es auch Camps. Alter, wie krass ist das denn gemacht? Okay, ah, da ist Vitamine. Die aufmachen selber wieder. Hä? Lol. Moment mal, ich kann die durch die Camps hören? Wie krass ist das denn? Oh mein Gott. Also, wie gesagt, Freunde, ich glaube immer noch, dass es Vitamine sein könnte. Deswegen, Freunde, wir befragen jetzt einfach mal die hauptverdächtige Person selbst hier. Hä? Was ist das hier? Hä? Ah, eine Aufgabe. Okay. Leute, ich downlaude mir erstmal Roblox-Hacks. Was macht man hier? Oh mein Gott, das war... Die Tonwellen ändern. Das war... Hallo, hier ist jemand gestorben. Hallo? Hä? Da lag gerade eine Leiche, ne? Das ist euch bewusst. Achso, bin ich mal gespannt. Also, ich kann es gar nicht gewesen sein. Ich stand einen Meter von euch weg. Also, ich kann es gewesen sein, aber ich war es nicht. Ich dachte, es ist Daniel. Also, ich finde Daniel etwas spannend. Ich glaube, Vitamine war es diesmal. Hä? Ja. Ich glaube, Vitamine habe ich noch gar nicht gesehen. Hat jemand Emily gesehen? Äh, ich kam gerade von rechts, wo ihr alle aufeinander standet. Achso. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hast du dann jemanden gekillt? Alle da, ne? Hey Leute, vertraut mir. Ich glaube, es ist Vitamine. Der ist auch so ruhig. Ich habe auch gespürt. Oh Mann, da bin ich aber nochmal vorbeigekommen. Ja, ich auch. Hey Leute, wir gehen jetzt einfach nochmal zu den Camps und checken das Ganze mal ab. Aber vor allem ist das Coole hier, dass man durch die Camps einfach auch hören kann. Also. Warte mal, ist hier eine Camp? Hä? Ich glaube, wir können uns jetzt hören durch die Camp. Ja. Ich höre dich. Hallo. Hallo, wo ist der Camp? Hallo. Wo ist die Camp überhaupt? Ich glaube, es ist Lami. Hä? Lami? Was sagt die denn? Hä? Oh mein Gott, was sagt die da? Oh mein Gott, haben die das gehört? Hey, ich höre dich. Ah, was geht ab? Moin, was geht ab, Moin. Ach, du hast es... Ah, ja, stimmt. Ja, 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 Leute, ihr seht das hier. Wir beobachten einfach mal alle. Aber ich finde hier niemand noch so richtig sus. Oh, ich glaube, Aare kommt jetzt zu mir. Hallo? Äh, immer noch du. Ja, was geht ab, Moin. Ich stalk euch hier einfach mal alle durch die Camps. Okay. Ja, aber hier ist eine Kamera gegeben und wir sollten nicht so laut reden. Hallo. Hallo, was geht? Lami hört alles, ey. Lami hört alles. Aber wo kann man überhaupt Kameras gucken? Nein, hier unten. Hier ist Lami. Guck mal, der hat ein AA auf dem Kopf. Oh. Du auch? Oh. Was? Vitamine? Ja, dann wissen wir, wer es ist. Ja, Daniel. Warte, warte, das muss Daniel sein, weil Lami, Aare und... Ich habe gerade Emily besportet. Emily gekillt, oha. Stimmt, Lami kann es gar nicht sein. Ja, okay, es kann nur Daniel sein. Ja, es muss Daniel sein. Warum muss ich es sein? Ich habe gerade Emily besportet. Ich war mit Aare und Lami die ganze Zeit. Wir waren... Ja, ist doch gut, aber wie lange seid ihr denn da gewesen? Hm, fünf Minuten. Also, ich war mit Mayo voll lange. Ich war mit Aare voll lange. Aber, aber... Ich war mit allen voll lange. Ja, das stimmt. Ja, du willst uns manipulieren, ey. Dann hätte ich euch getötet. Das kannst du aber wissen. Ihr könnt doch nochmal skippen. Ey, ich glaube, wir haben es eigentlich geworfen. Ja, wir haben schon. Das war's mit deiner Impostar-Runde. Oh mein Gott, ich bin Impostar. Ey, Leute, ich bin endlich Impostar. Oh mein Gott, ich bin Impostar, Leute. Ich bin mein Schoey. Mario? Ja? Sei mir ehrlich, bist du ehrlich Impostar? Wenn du Impostar bist, ich helfe dir, okay? Ich bin leider nicht Impostar. Wir können hier viele... Aufgaben erledigen. Ey, Vitamine, ich bin Impostar. Ja? Ey, was geht ab? Ich bin Impostar. Ah, ah, Ray, ich bin Impostar. Merkt euch das. Leute, ich bin Impostar. Ich bin Impostar, hallo. Hallo, 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 hallo. Ah, ah, Ray. Ah, ah, Ray. Ich bin Impostar, ne? Oh, okay, weg, 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 weg. Aber, oh, ich wusste... Ey, Daniel, ich bin Impostar. Ciao. So, perfekt. Das war gut. Bist du Impostar? Immer noch? Ja, ja, ich bin Impostar. Ich habe alle gekillt. Nur noch wir leben. Okay, kannst du mich dann nicht hüten, bitte? Hä, was ist das hier? Kann man da reinspringen? Äh, äh... Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Kann man da reinspringen? Ich sage einfach, Abob hat dich gekillt, okay? Okay, mach das. Let's go. Es geht nicht. Nein, schade. Bending. Hä, was wart ihr denn hier? Wir wollten uns schwirfen. Was sind das eigentlich für Flecken auf deine Hose, Lamy? Äh, Dönerflecken? Äh, okay. Ich dachte schon Mayos Kackaflecken. Hm, okay, Freunde. Was geht hier noch ab? Hallo? Ich habe Vitamine lang nicht mehr gesehen. Ah, ah, Ray. Oh, warum muss ich hier aufmachen? Was ist mit mir, ey? Habt ihr eigentlich das letzte... Wann habt ihr das letzte Mal Dings gesehen? Vitamine? Ey, gerade eben. Der hätte mich gehen können. Okay, okay. Ah, Ray, sei mir ehrlich. Bist du es? Nein, schwarz, finde ich nicht. Quatschie hier, oder was? Nein, finde ich nicht. Gibst du, wenn du es bist, dann beschütze ich dich, okay? Nein, ich bin es wirklich nicht, ey. Nein, gibst du, Ah, Ray. Ich schwöre auf einen Döner, ey. Okay, Danja, bist du es? Hallo? Ja? Bist du es? Nein, ich bin es nicht. Nein, sag ehrlich. Ey, das ist so komisch. Dannja, wenn du es bist, wir beschützen dich, okay? Ich bin es aber nicht. Hm, Freunde. Ich glaube, mein Plan geht noch auf. Er traut mir. Oh, da bist du, Vitamine. Ey, was geht? Ey. Ja? Pizza oder Pommes? Pizza oder Pommes. Aber richtig fettige Pommes. Nee, Pizza oder Burger. Warte mal, das ist der Name. Äh, Pizza oder Burger? Boah, enttäuscht mich nicht. Ich glaube, ich glaube... Hallo. Hallo. Wir reden da unten. Was? Ja, oder Burger? Ich weiß nicht. Ja. Burger ist ein Räuber, finde ich. Also, aber weißt du, was leckerer ist? Döner. Äh, nein, das stimmt nicht. Aber du ohne Tomaten. Was hast du gesagt? Ohne Tomaten, Mario? Ohne Tomaten. Oh mein Gott. Ohne Tomaten? Ernst, Mario? Ja, ich mag keine Tomaten. Aber ich mag sonst alles andere. Und Lackenze mag ich auch nicht. Okay, komm, wir suchen Vitamine zusammen, ja? Okay, 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 okay. Okay, sei mir ehrlich. Bist du Imposter? Jetzt mal ehrlich unter uns. Okay, ganz, ganz ehrlich? Nee. Nein? Und du? Hä? Nein, wirklich nicht. Ganz, ganz ehrlich. Aber wer ist da denn, Poster? Hm, keine Ahnung. Vitamine vielleicht? Oder Emily könnte es auch sein, würde ich sagen. Ich weiß nicht, aber ich bin vorhin auch mit Emily rumgelaufen die ganze Zeit. Warte mal. Oder, hey, Leute, ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mario. Vielleicht ist es auch einfach nur, ähm, der Dönermann Ali. Oh, ich hätte jetzt gedacht, Dönermann mit Lamy und, äh. Aber ich vertraue dir, okay? Ja, ich vertraue dir auch, mein Freund. Okay, okay, okay. Alles klar. Dann lass mal irgendjemanden suchen. Dania habe ich zu wenig gesehen. Es kann nicht mehr lange dauern. Der Imposter hat gleich verloren. Ja, Vitamine weiß ich mal. Ja, du, da machst ja praktisch, dass du hier bist. Ich werde dich nicht stürzen. Also, ich muss sagen, ne, ohne Mario böse zu treten, aber es könnte auch Mario sein, weil er war noch nie Imposter und weiß vielleicht gar nicht, dass oben links die Zeit abläuft. Welche Zeit? Also, ich habe Mario schon ein paar Mal gefragt, ob er Imposter ist, aber er hat mir ehrlich geantwortet, er ist es angeblich nicht. Das ist auf jeden Fall lustig. Okay. Dann bin ich. All right, mit dir habe ich noch zu wenig geredet. Sei mir ehrlich, bist du es? Ja, ich hätte Emily killen können, aber sie ist sogar mit mir in ein Eck gegangen, um sie zu killen, aber ja, konnte ich nicht. Aber Leute, jetzt mal ehrlich, wo ist Dania? Okay, Leute, ich gehe mal hier Camps, mal gucken. Ich glaube, so langsam muss sie mal Action abgehen, oder? Ist der Imposter eingeschlafen, oder was? Ja, ich checke es wirklich nicht. Ich checke es auch nicht. Sui. Christo Ronaldo. Sui. Hallo, hat die über Dania gesehen? LRTV ist tot, LRTV ist tot. Hä, warum? Hast du den getötet, oder was? Nein, aber hier. Hier sehe ich das. Hä, was ist das? Hä? Leute, da gibt es sowas. Ich habe, ich habe... Das gibt es auf der Web schon immer. Hä, wie kann das denn? Nein, A-A ist tot? Ja, irgendwie ist er mir vorbeigelaufen und meinte, A-A ist tot. Dann habe ich ihn gesucht und habe ihn gefunden, weil er leckt. Ja, das habe ich gesagt. Mario und A-Borg kann ich auf jeden Fall safe sein. Mario ist auf jeden Fall nicht. Lamy ist safe auch nicht. Lamy, wie willst du mich safen? Du hast mich gar nicht gesehen. Ich war mit dir und Emily in den Raum. Und dann ist diese Task, wo du so Piu Piu gemacht hast. Also wie wäre... Ah, stimmt, 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 genau. Ey, ohne Witz, der Imposter ist so ein Noob. Ja, mega, der schläft die ganze Zeit. Wenn du ruhigst mich gleich um... Nein, ohne Witz, vertraue mir. Warte, ich mache Task, okay? Ja. Komm mit. Oh, warte mal. Hallo, lebst du noch, A-Borg? Okay, okay, du lebst noch. Lol, wie hast du dich gehabt? Ja, ja, komm mit. Ja, ich halte Abstand. So, hier rein. Ja, A-Borg. Du hast die Tür zugemacht. Du hast die Tür zugemacht. Nein, habe ich nicht. Guck mir zu, ich mache die Task. Ja, ich gucke, ich gucke. Mayo. Mayo? Okay, nee. Was? Ja, Lamy? Lamy, du machst immer... Also, du machst so oft, wenn du Imposter bist, safe report. Aber Lamy, du bist doch mit ihm rumgelaufen. Also, ich wurde erst mal Lamy. Ich weiß, ich habe... Ich habe Vitamine gebotet. Ich weiß nicht. Vitamine, sag mal was hier. Vitamine, sag mal was. Verzeih dir, du bist safe. Ich habe nichts zu verheimlicht. Ey, oder ist es Emily? Ey, Emily, wenn du es bist, ne? Ist das dein Ernst? Ich komme gleich rüber. Emily kann es nicht sein. Emily kann ich saven. Ja? Ja. Keine Ahnung. So, dass du jetzt auch so zum Rundumschlag ausholst und direkt erst mal alles hast, weiß ich nicht, du. Weiß ich nicht. Also, ich denke, Lamy ist safe und bei Danja und Emily war ich gerade. Also, würde ich Vitamine voten? Ja, dann tu es. Ja, wenn ihr denkt, dann macht das. Alles gut. Vitamine. Warte mal, ich glaube, es ist Lamy. Oh mein Gott, Lamy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und Danja ist dafür bekannt, dass sie ganz unoffensichtlich macht und so. Okay, dann bleiben wir einfach hier. Kann man diesen Knopf drücken? Äh, in neun Sekunden. Ja. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst, oder? Oh mein Gott. Das ist jetzt, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, du schläfst. Es ist Lamy. Es ist Lamy. Hä, wie schlecht war das denn? Ey, Lamy. Du kommst zu mir und du sagst mir, dein Poster schläft. Warum macht er die ganze Zeit nichts? Es kann nur Lamy sein, Freunde. Ja, es ist echt Lamy. Es kann nur Lamy sein. Ey, Leute, ich wollte nur einmal Gewinn machen. Oh. Du bist so ein. Hey, warum machst du denn auch nichts? Ich bin Lamy wieder gewonnen. Woo. Seien wir ehrlich, bist du ein Poster? Ich bin nicht wieder voll. Was? Was ist das? Ich mach den. Warte, komm mal. Ey, was soll ich? Ey, A-O-Ray, nicht du. Keiner was? Nein, nein, nein. Was? Okay, sei mir ehrlich, bist du? Ich helf dir, ja? Ich bin nicht. Sehr ehrlich? Ich hab gehofft, ich bin, weil so letzte Dings und so. Weißt du? Warst du kein einziges Mal Imposter? Nein. Okay, wärst du jetzt Imposter? Ich hätt dir geholfen. Ja, ich weiß. Ich hätt dir auch gesagt, wenn ich Imposter wäre. Ja, okay. Dann gehen wir beide jetzt einfach auf eine Mission, ja? Okay, was sollen wir machen? Den Imposter suchen natürlich. Let's go! Wollen wir nicht lieber zum Dönermann Ali gehen und uns einen Döner holen? Ja, okay, let's go. Aber erstmal müssen wir ganz kurz hier bei den Camps gucken. Danja, was machst du denn hier? Das gleiche wie du auf die Camps gucken und hoffen, dass sich irgendwer verrät. Aha, okay, okay, Leute. Dann gehen wir mal wieder weg. Oh, Mann, ey. Keiner weiß, dass ich Imposter bin. Hallo, Camps? Könnt ihr mich hören? Hallo, ich bin Imposter. Schon wieder, sweet. Ja, Freunde, leider nicht. Aber was soll ich machen, Freunde? Ich such einfach den Imposter. Oder vielleicht sollte ich auch mal eine Task machen. Oha, was ist das hier? Oha, das sind einfach Tasks. Die habe ich schon nie gemacht hier. Oh mein Gott. Oh, oh, ich glaube oben rechts. Oh, ich weiß nicht. Ey, Leute, ich habe wirklich keine Ahnung. Vor allem bei dieser Map. Ich komme mir gar nicht klar. Warte mal, wo war das? Ah, hier. Moment mal. Okay, alle leben noch. Ey, Leute, wie cool ist das denn? Man kann einfach gucken, wer hier noch lebt und wer nicht. Okay, okay. Vielleicht sollten wir hier mal wirklich ein Auge drauf werfen. Aber jeder lebt hier noch. Oh, Moment mal. Daniel ist tot. Ey. Wir sind schlecht, Leute. Das war's. Mario, du bist weggegangen, ohne dass der Balken hochgegangen ist. Doch, ich schwöre, ich habe die Aufgabe fertig gemacht. Aber der Balken ist nicht hochgegangen. Vielleicht wäre das eine Doppelaufgabe. Das ist komisch. Ihr musst da an so einem Rohr drehen. An so einem rostigen Rohr muss der so ein Ventil aufgehen. Und dann ging da so Wasser nach oben. Ich weiß nicht. Ey, Lami. Lami ist es. Also, Lami ist es. Oh, warte mal. Nein. Lami. Wie kann ich es geben? Hey, du wolltest es nicht selber? Nee, nee. Oh, mein Gott. Ich dachte schon. Ey, Lami. Warte mal. Komm mal, wir suchen jetzt Emily. Ja, okay. Wir suchen jetzt Emily, du kleiner Imposter. Ey, sei mir ehrlich. Ich bin ein Imposter. Ja, ich helfe dir dabei. Ich team mit Emily. Du musst mir auch helfen, okay? Ja, okay, okay. Ich mach mit. Okay, wir sagen einfach, Arbok ist der Imposter, okay? Okay, okay. Okay, am besten. So, ich möchte schon sie ein Meeting machen. Ja, okay, okay. Okay, let's go. Wo ist der Button? Ähm, Arbok, hier unter uns. Unter uns. So, und go. Und? Was war das denn jetzt? Arbok. Willst du uns irgendwas sagen? Hä? Was hast du, Arbok? Äh, wir haben dich wenden gesehen, du Loob. Hä? Digga, dann gibst du die Klonfunktion heute. So, Leute, Leute, jetzt kommt Detektiv Lami. Ich habe Arbok veräppelt. Ich habe Arbok gesagt, ich traue mir, wenn du Imposter bist, ich helfe dir. Und er hat gesagt, er ist Imposter, lass Arbok rauswählen. Äh, Arbok war bei mir. Es ist A-A-Ray. Ey, Emily kann hier sagen, dass ich es nicht war. Emily kann sagen, dass ich es nicht war. Arbok hat ein Deal mit Emily. Ja, was hat er gesagt? Nein. Das hat er mir gesagt. Das hat er mir gesagt. Es ist A-A-Ray. Ich habe ihn mit Trick 17 verwirrt. Genau, Emily ist safe. Arbok ist, denke ich, auch safe. Der war bei uns. Okay, ihr könnt mich folgen, wenn ihr wollt. Du bist ein Imposter? Hä? Ich hätte dich doch kriegen können die ganze Zeit. Also, wenn A-Ray nicht ist, dann ist Lami. Weil der das aufkommt. Zoe, A-A-Ray, wir trauen jeweils einem Lami. Oh, nee. Das kann doch nicht sein, ey. Oh, mein Gott. Nice. Emily, das war so hinterhältig. Ähm, dazu sage ich jetzt mal gar nicht. Das war so hinterhältig. Ich habe so etwas hinterhältig. Ich habe Beräter hier. Ich habe nichts damit zu tun, Leute. Ich habe nichts damit zu tun, Leute zu tun, Leute zu tun, Leute zu tun, Leute zu tun.